hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen youtube video schön dass ihr mich begleitet heute habe ich ein spannendes thema für euch wie kann ich einen gestressten hund in die ruhe bringen ja viele leute fragen sich immer was mache ich eigentlich wenn mein hund total gestresst ist und ich bekomme ihn nicht in die ruhe was ist wenn ich so ein aufmerksamkeit junkie habe und der die ganze zeit immer auf 180 ist wie schafft ihr das ihn wieder zu beruhigen wenn ihr mal auf eure verhaltensweisen achtet werdet ihr erkennen dass ihr eurem hund ganz viel unruhe oder ruhe vermitteln können viele leute stopfen einfach ganz viel überschüssige energie in ihre hunde und wundern sich dann ja dass die hunde eben unruhig sind also man kann mit hunden auf verschiedene art und weise kommunizieren und man kann seinen eigenen hund auch wirklich hoch schaukeln wenn man sich dann darüber beschwert dass der hund eben eine energie hat die völlig überschüssig ist und er diese dann an anderen hunden oder anderen menschen auslässt ja dann muss man sich nicht wundern wenn sich andere hunde oder andere menschen beschweren aber diese probleme sind häufig hausgemacht also wie beruhige ich denn jetzt einen unruhigen hund im besten fall versuchen wir einfach erst gar nicht so viel unruhe in den hund rein zu stecken wenn es aber dann doch so ist dass wir einen hund haben der immer schnell überdreht heißt es dass wir ruhig bleiben müssen wir müssen immer in unserer ausgeglichenheit bleiben also textet eure hunde bitte nicht zu wenn diese unruhig sind charlie ruhig charlie wachte charlie setzt dich charlie hierhin nein charlie bitte charlie ich habe dir gesagt du sollst dich jetzt hier hinsetzen jetzt ist aber gut das ist einfach viel zu viel information für den hund das kann er nicht filtern die lisa die hier vorne sitzt auch ein coach die hat mir mal versucht zu erklären wie es ist wenn menschen ihre hunde zu sehr zu texten und wenn das dann so klingt das verstehen die hunde müsst euch mal überlegen wie viel information da kommt was der hunde überhaupt nicht filtern kann und damit bringt man unruhe in den hund rein also habt ihr einen unruhigen hund kommt selber in die ruhe wollt ihr euren hund beruhigen dann redet nicht zu sehr auf ihn ein bleibt ausgeglichen spart euch die wichtigen worte setzt klare signale wie übt das zu hause ihr könnt es auch auf der couch üben oder auf dem teppich irgendwo auf dem boden in der wohnung legt euch mit eurem hund hin und macht euch so ein marker wort wie und das könnt ihr auch draußen anwenden wenn der hund zu sehr hoch fährt aber wir fahren die hunde oftmals hoch und dann wollen wir sie wieder beruhigen aber wir haben selber die unruhe eingebracht also für mich ist das wichtigste wenn ein hund zu viel unruhe hat dass wir uns erstmal die frage stellen wer hat ihm denn diese unruhe beigebracht ob das beim spiel ist vor dem füttern ist vor dem spaziergang ist autofahren hundeschule es wird immer ganz ganz viel gestresste energie von den menschen auf die hunde übertragen die hunde führen es dann eigentlich richtig gut aus und dann beschweren sich die menschen darüber das ist wie der chef der morgens in die firma kommt und sagt ja hier hier müssen wir sagen da gucken da da das muss das muss noch dass das muss auch noch gemacht werden wenn die mitarbeiter schon irgendwann sagen jetzt gleich kommt der chef wieder stressig und immer dann wenn er da ist da kriege ich so eine unruhe und das ist bei den hunden auch wenn wir ihnen zu viele ja unruhige energien vermitteln dann werden sie unruhig fährt der hund daneben hoch fahrt ihr runter das doch mal cool oder also ihr merkt der hund macht ganz viel und ihr macht immer weniger und so könnt ihr euren hund mit eurer energie anstecken nicht zutexten nicht zu viel anfassen und nicht zu viel angucken ist der hund in seiner unruhe auch noch im mittelpunkt eures lebens ja dann bekommt er eine riesen bühne für dieses verhalten und er wird nicht damit aufhören unruhe auszustrahlen also er braucht ganz viel ausgeglichenheit vielleicht kann ich euch das jetzt mal bei einem hund demonstrieren also schauen wir mal wie heißt denn die kleine maus da rosi rosi das aber ein toller name du nicht bist die lili hallo sie hallo und die hat feuer am hintern ist neu in der hut und hat jetzt aber gerade schon ein bisschen pulver verschossen hier die kleine ist aber eine hübsche was denn da drin wichler und schnauze oder was das ist aber eine tolle menschung ist eine hübsche maus also sie verhält sich ja jetzt angemessen also ich finde jetzt nicht dass die zu hektisch ist oder zu unruhig ist sie ist ja ein jungspund gehe ich mal von aus und gerade junge hunde dürfen dann auch schon mal überschüssige energie haben aber hier brauche ich ich brauche jetzt gar nichts zu machen weil dieser hund ist nicht hektisch also brauche ich auch keine ruhe da reinzustecken da kommt noch ein alter vertrauter von mir monti hallo monti so und jetzt mache ich mal etwas was ihr nicht machen sollte hallo monti hallo monti hallo monti seht ihr was dann passiert und dann sagt ihr ob er ist total hektisch der hund also der ist immer so schnell oben und ich richtig nie runter also dieses ganze antatschen spart euch das ich bitte bitte tut euch selber den gefallen vor allen dingen bei unruhigen hunden nicht so viel überschüssige energie da reinstecken dass man kann auch schon mal ein bisschen blödsinn machen und darum rülzen und so aber eben immer angemessen ja das kann man auch nicht pauschalisieren es gibt hunde die können ganz gut mit umgehen aber es gibt auch hunde wenn man die die ganze zeit so wibbelt und so so im waschgang immer streichelt dann werden die einfach immer hektischer und das müsst ihr vermeiden ja also ich war es jetzt gerade selber schuld dass monti hochgefahren ist ich habe ihn angesteckt mit meiner energie also war es nicht der hund sondern ich so sieht das aus und jetzt habe ich ein bisschen stimmung hier seht ihr toll oder wie die miteinander kommunizieren schaut mal aber wie schaffe ich es jetzt dass die hunde mal aufhören zu spielen wie schaffe ich es dass die hunde mal in die ruhe gehen guckt mal ich zeige euch das mal monti moment moment also du nimmst dir einen hund monti kurzes signal ruhe reinbringen guckt mal er kann schlecht abwarten er schiebt die andere dame jetzt einfach kurz weg und dann begegnet ihr dem monti echt mit ruhe bloß nicht zu texten keine hektik reinbringen verhält er sich ruhig und angemessen hat immer noch den stress merkt er lässt sich nicht fixieren ist aber auch schwer so eine hübsche dame und dann nicht spielen dürfen ich habe euch das ist einfach nur mal kurz demonstriert also nicht viel machen sondern eher weniger jetzt bin ich auch wieder ein bisschen interessant aber wenn ich jetzt los lasse dann auf zur dame da kommt sie wieder sie ist aber auch eine schönheit ist auch alles erlaubt also ihr habt gerade gesehen bei monti ich habe ja ganz viel ruhe reingebracht also nicht so hey bitte hör auf lass sein setz dich hier hin leg dich hin macht platz zu viele signale sind nicht gut für einen hund und zu viel mensch am hund also wenn ihr haben möchtet dass euer hund der zu viel energie hat mal runter fährt ja dann dürfte ihm auch dabei helfen dass ihr nicht zu viele überschüssige energien von euch auf die hunde oder den hund übertrag wollt ihr einen ruhigen und ausgeglichenen hund dann seid ruhig und ausgeglichen wollt ihr eine harmonische beziehung mit eurem hund dann lebt mit euch in harmonie ich finde es gibt ganz ganz viele hunde die einfach so zu beschäftigungs und aufmerksamkeit junkies geworden sind und dann gehen diese menschen in hundeschulen und wollen genau dieses verhalten wieder ab trainieren aber es gibt ganz ganz viele zwei beiner die ihren vier beinern genau diese verhaltensweisen antrainiert haben also euren hund könnt ihr nur zur ruhe bringen wenn ihr selber in der ruhe bleibt ist euer hund hektisch vermeidet einfach zwischendurch mal zu häufiges ball spielen zu viel sprechen zu viel anfassen zu viel anschauen macht den hund bitte in diesen energien nicht zum mittelpunkt der erde bleibt bei euch in eurer ausgeglichenheit und übertrag diese wiederum auf eure hunde und mit ganz viel liebe geduld und verständnis werdet ihr verstehen dass ihr häufig überschüssige energie an eure hunde weitergebt und die führen genau das aus was ihr ihnen vorlebt also in der ruhe bleiben danke dass ihr wieder dabei war schön wenn ihr meinen kanal abonniert und ich euch weiter mit spannenden themen füttere bis bald ciao